Einen wunderschönen Donnerstagabend und ja, das habe ich jetzt zwei Wochen nicht gesagt und ich freue mich natürlich, dass trotzdem so viele wieder damit bei sind, weil wir haben heute Day Hardcore mit dem ahnungslosen Arm. Banzai, grüße euch, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, einen wunderschönen guten Abend in allen anderen Chats. Ich begrüße euch, nein, okay, Entschuldigung. Ehrenbart Aldous, achso, nee, mich zähle ich ja gar nicht auf. Der Bräumwolf ist dabei. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Chats und wie ihr wisst, ihr findet mich auf Tinder. Naja, also Dirty Harry müssen wir nochmal üben, mein Freund, ey. Dann würde ich sagen, ei, ei, Captain, ei, ei, herzlich willkommen, Leute, jetzt geht's ab. Und der Videomanager unseres Herzens, Raimuki. Schönen guten Abend an alle Chats. Der Proxy ist auch mit am Start. Und bei Renator Native Bavarian. Einen guten Abend. Ja, munterer Runde. Ich denke mal, die Zuschauer sind gespannt, was ihr heute wieder erwartet. Und ich bin's auch. Also würde ich sagen, continue und auf uns gehen. Continue. Juhu. Okay, lass uns die Zombies knallen. Okay, lass uns die Zombies knallen. Ich bin's auch in der Rüste. Grün und Schnee. So. Natürlich auch erstmal bei mir, du. Moins. Mein Stream ruckelt, was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Äh, ihr seid alle drauf, dann kann ich einen laden. Jupp. What the hell? Was ist das? Was ist das? Äh. Okay. Was? Wer bin ich? Äh. Okay. Achso, wups, was ich nicht gesagt rein hatten. Santa kills. Was ist denn jetzt schon wieder passiert, dass die alle sich freuen, aber bei mir ist wieder alles normal. Echt? Ich sehe hier nichts. Was irgendwie anders ist. Äh. Geh mal in die Player-List und nehm mal das Ding an. Äh. Ihr hört das Level, ihr hört das Niveau. Game Stage, ja. Alter Vater, wer bin ich? Niveau IQ. Ha ha IQ. Der wollte wohl der wunden Laie meine. Okay, ich habe Phirokopter-Buch gelesen. Jawoll. Ja, nee, ist klar. Also ich bin sicher. Jawoll, wir machen heute in die Luft. Ey, ich versuche. Die Engelstimme. Ah, ja. Wer macht heute den Rudelführer? Alter, wirst du eingeladen haben, oder? Rudelführer, ich habe eingeladen, ja. Ansonsten, äh, Native, und ich sei in einer Wüste, bei einer Wüstenstadt ist das nicht so prickelnd hier. Ja, Richtung Westen ist Zerstörtes. Ja. Die Stadt ist Richtung Süden. Obwohl kann das sein, dass die das so ein bisschen hingekriegt haben, dass die FPS in der Wüste nicht ganz zu droppen. Also ich weiß nicht, ich habe 120, ist das okay? Ach, sei doch mal ruhig. Das ist ein Dach und Sergio ist unten grüner bei mir. Aldo ist bei mir in der Nähe. Ich spinne bei dir in der Nähe. Mhm, fahren wir dann jetzt. Äh, Wolli ist ja auch nur 270 Meter weg von uns, Mucki. Wenn du immer noch nicht annehmen kannst, musst du einmal wieder... Also ich habe jetzt dreimal eine Einladung. Ach, und Nate, ich bin schon durch. Ja. Das war mir so klar. Du warst doch schon beim Händler, ne? Ich weiß nicht, was mit dir eigentlich falsch läuft. Nur weil man seine Quests zügig abschließt, darf ich nicht mehr mit Wolli zum Looten gehen, weil ich immer angeblich alles wegloote. Na, erst mal das lootest du immer alles weg und dann ist auch die Zeugnis immer weg. Nein, es geht gar nicht um das Weglooten. Der Typ, der ist so schnell, der rentelt. Ich habe einen Loot-Container-Absatz in das Haus fettig. Na gut, das Problem ist ja bei dir, du schläfst ja auch ab und zu, du fällst ja mal zwischendurch in deinen Tiefschlaf. Ja, so wie du antwortest ja auch teilweise im TS nicht. Das muss man ja auch mal erst bei Petra anrufen und die muss ich dann immer erst noch mal mit dem Elektroshop wachmachen. Wißt du? Sei tief, moin, moin. So. So. Habt ihr schon irgendwo was gefunden, wo ihr hin holt? Äh, ich hätte hier, glaube ich, eine grüne Stadt vor mir, aber ich kann es noch nicht genau erkennen. Alter, wir sind Richtung Osten. Willst du da hinmachen, Moin? Äh, ja. Ich würde aber gerne noch meine Aufgaben hier irgendwie erledigen. Da musst du aufpassen, der, 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 der geht dich schon fertig. Der war schon mal mit meinem Händler. Weil, war dann auf dich? Ich hab mir schon gedacht, jetzt fehlen mehr Federn. Darfst du welche? Wenn du welche übrig hast, gern? Papier, du dummes Ding. Ich jag dich mit dem Knüppel. Wo hast du dich reingelegt? In den Müll? Ja, lege ich dir dann. Oh, hab ich. Biss es nicht. Ja, es reicht für die Aufgaben. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass die Nester wieder wegzuschlagen sind. Ach, komm her. So, Pflanzenfaser. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Warst du die Nester wegschlagen? Nein. Wer ist bei mir gerade? Ich nicht. Nests. Doch, Ecke. Ja, hast du Pfeil und Bogen? Nö, natürlich nicht. Was? Soweit bin ich doch noch nicht. Ich muss auch erst alles anziehen und so. Okay, so schnell. Oh, komm. Soweit ich meinen Knüppel fertig habe, muss ich aber einen Bogen machen. So jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich Pfeil und Bogen. Soll ich dir helfen? Wie viel kann das Scheißding denn aushalten? Das ist ein Wildschwamm, aber das fass ich nicht an. Du, hör doch mal auf zu weinen. Ich höre dich den ganzen Tag nur Mimi machen. Hast du den übrigen Stein gefunden, Mucki? Äh, ja, aber die sind im Spiel alle verbraucht. Ist doch ein Ressourcenstein oder sowas. Achso, sie kriegt. Ne, ich habe es nicht bekommen. Das müsste genau vor mir auf der Straße. Ja, weil ich habe da mit dem Knüppel zwar nicht mehr draufgekloppt. Muss ich ja jetzt umfallen. Oh, ich habe ihn nicht kloppt. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, Alter, die Pfeile droppen, Alter. Jetzt habe ich sie getroffen, das rennt weg. Aber vielleicht fällt um. Ein paar Schöpfungen. Hat der schon einen Speer? Ja, da sind keine Essschnäfchen. Ja, ein Stück weiter weg, aber da können wir gleich hingehen. Hallo, ich kriege den nicht. Was hast du denn dazu? Brauchst du noch was, Mucki? Ne, ne, ich habe seit einem Ressourcenstein gerade. Wo treffen wir uns? Richtung Aldo, oder? Wenn der im Grünen ist. Ich bin am Grün. Okay. Ich habe den Club erstmal eine Aufgaben gegeben. So, es gibt ja auch noch mal Hi und Gabe, Hi. Es gibt so, es ist doch ja alles geschiedeltes Spiel. Das kannst du jetzt schon wieder abkragen. Ich spiele kein PvP-Event mit dir. Das funktioniert alles nicht. Aus dem Herzen schon wieder. Dann gehen wir jetzt Richtung Aldo, ja? Ja. Ich treffe diesen beschissenen Hirsch nicht. Ich habe 20 Mal mit meinem Knüppel getroffen, aber irgendwie fällt der nicht um. Ich habe ihn jetzt auch zweimal oder dreimal gehittet. Ne, ich sage mal zweimal gehittet. Die restlichen Pfeile sind daneben gegangen, glaube ich. Ich habe jetzt noch vier Pfeile Möglichkeiten und dann war es das. Obwohl, hier könnte noch viel drin sein. Auch wir kriegen keine verdoppelten Pfeile mehr. Habe ich anscheinend vergessen. Sorry. Ja, hast du rausgenommen. Es war ja zu einfach, die letzte Mal habe ich gehört. Ja. Danke, ich kann sich fürs nächste Mal wieder aufhören. Wie geil, Alter. Das ist ein Haustier der Kuga. Ja, aber? Das Problem ist, dass ich gerade versucht habe, auf dem zu ziehen und dann ist es ungefallen, weil es am Kaktushängen geblieben ist. Hast du ein Messer? Nö. Ich habe eins. Ja, dann kannst du es bitte holen, komm. Ja. Mach ich. Der Kaktus hat es erlegt. Der Kaktus hat es erlegt, ich habe es nicht geschafft. Moin Lady, Moin Basti. Herzlich willkommen. Rollwolf-Rafen-Geyer, ne? Ja, ich nicht. Ja. Gaia. Jump, das Stream. Nee, Spider. Nee, Spider. Nein, nicht, Spider. Okay. Deck, das Stream. Ich gucke gleich mal. Ohlala. Danke für deinen Host, Tom. Guten Abend. Demolition auf dem Berg, Native. Ja, das ist viel schlimmer, als ich habe ein Hafe. Solange du ihm nichts tust. Alter. Und ein Farmer vor mir. Was in Form? Hühnchen. Hast du ein infamer Farmer? Ja, ich gucke gleich mal nach. Ich habe ein Hühnchen. Chicken Dinner. Das ist ein Hühnchen. Von der ersten Demolition. Nein. Hier war schon mal jemand, die ist noch ja nicht gewappnet. Ja, 3,5 oder 4,5. Nein, das ist nicht gut. Wer hat sich das schon wieder kaputt gelacht? Das verstehe ich nicht. Käppig gehe mal in die Richtung der Stadt. Ja, ich mache erst mal ein bisschen Steine gleich. Weil ich glaube, die brauchen wir nachher noch mal ein bisschen. Steine musst du dich machen, Steine musst du abbauen. So. Amda da. Das ganze Spielkonzept über den Haufen geboren. Hat er was? Ich disconnecte. Ach Gott, das ist das Steine hier. Links auf dem Haken. Den Motor Show. Ja. Lass ich ja bei links stehen. So, was haben wir denn alles? Wir haben schon mal ein bisschen Jucke. Darfst du federn? Nee, genug. Oh, rechts. Ach, der Motor Show. Ich habe irgendwo eine Frau holpfen. Sie ist aber nicht gut gezogen. Oh, habe ich das Mikro an? Oh, wie du wieder nachher schön auf die rechte Seite kriegen wirst. Oh, schneit. Wird sich das durch? Wer bekommt nur einen Lanzeln? Oh, dahinter ist ein Bär. Toll. Und glaub mir nicht, Junge. Lass dir gut. Guten Abend, Tom. Hallo. Gehen dich so aufhetzen. Schauen wir mal, wie das hier wird. Das wird lustig. Das kennen Leute, die wollen wirklich mit blutiger Nase ins neue Jahr gehen. Das hat deine Frau zu dir gesagt, oder? Wahrscheinlich, ja. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe mal in die Stadt im Grünen, ja. Ich frage mich mal um, ob wir dann ein schönes Plätzchen finden. Nichts direkt noch. Hast du schon gesehen? Ja, ich sehe sie von hier, ja. Ein Speer. Achso. Ja, doch. Könnte sein. Stimmt. Da war er vorbeigeworfen. Wo ist denn die Stadt im Grünen, Arne? Ich bin auch. Ich bin auch gerade drauf. Was war das denn jetzt? Wo ist mein Speer hin? Ach, da. Arne, da hinten ist die Stadt im Grünen, ne? Ich habe einen Speer verloren. Ja, ich kann da Stufe 2 machen, wenn du bist. Ja, später dann, wenn wir Aldo haben. Ich habe noch einen. Wenn wir Aldo haben. Äh? Au. Oder Kaktus. Nein, kleiner, wenn ich Kaktus. Wir sind draußen auf dem Balkon. Hallo, Ali. Hallo, Ali. Hallo, hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin schon mal bei Stufe 2 Werkzeug. Wow. Die noch mit. Wüste. Gib mir rein. Das erinnert mich an den Kojoten. 200 Meter. Oh, Dogger. Rechts. Grünes Wildschwein links. Oh, grünes Wildschwein? Grünes Wildschwein? Grünes Wildschwein? Grace. Boss Grace. Boss House. Kaschwein? Meine Freundin ist wieder da, Grace. Cool. Ich, äh, soll mal schöne Grüße von Lady an den Lieblingsbayern ausrutschen. Wurichten? Äh, grünes Wildschwein, der Geburtstagskind. Ah, hier stimmt. Heute Geburtstag Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. 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 Bräubolf, einfach weiterlaufen, lass sie stehen. Wird das Gebäude? Äh, dann sterben wir doch vielleicht mal ne Runde für... So selten gesehen, aber ich bin auch selten in der Wüste. Äh, vorbei. Nein, schon gern Demolischer. Äh, Bräubolf, da müssen wir oder was? Aldo wär jetzt... Bräubolf, ich seh dich. Aldo, bei dir ist die Stadt oder wie? Ja, kurz vor mir ist die Stadt. Ich bin schon, ich bin schon... Ich bin drin. Ja, gut. Natürlich auch von der, äh, Tante-Lady, ne? Hinten dran kommt ein Demolischer, Vorsicht. Ja, schon mal gucken, ob er ein brausbares Gebäude findet. Ja, ich bin schon dabei. Eins hab ich schon. Vielleicht ist noch ein Demolischer. Shit, ey. Wo gehen wir da am besten her? Alters Schwede. Und mitnehmen. Und mitnehmen. Und mitnehmen... ... ... ... ...